Mit der weiterentwickelten Startseite und dem neuen Projektnavigator in DDS-CAD 16 verwalten Sie Ihre Projekte so einfach wie nie zuvor. Die Startseite ist der zentrale Knotenpunkt für die Suche und die Erstellung von Projekten. Hier können Sie Ihr gewünschtes Arbeitsverzeichnis direkt auswählen und öffnen. Die im aktiven Arbeitsverzeichnis enthaltenen Projekte werden inklusive Vorschaubildern angezeigt. Sie können zwischen dieser Liste und Ihren letzten Projekten hin- und herschalten. Mit einem Klick auf die Stecknadel fügen Sie Projekte der Favoritenliste hinzu. Dort können Sie die Projekte auch beliebig sortieren. Wenn Sie in mehreren Verzeichnissen nach Projekten suchen möchten, verwenden Sie das Eingabefeld Projekte suchen. Beim Anlegen eines neuen Projekts können Sie jetzt sofort das gewünschte Gewerk auswählen. Eine weitere herausragende Funktion in DDS-CAD 16 ist der neue Projektnavigator. Hier können Sie ein neues Modell erstellen oder ein bereits existierendes Modell auswählen. Ebenso können Sie das Gewerk wählen, mit dem Sie arbeiten möchten. Der Projektnavigator zeigt den gesamten Inhalt Ihres Projekts, zum Beispiel die verschiedenen Modelle, die Verteilerdokumentation oder die Anlagenschemata, in einer übersichtlichen Baumstruktur an. Zusätzlich können Sie komplette Modelle in ein darüber- oder darunterliegendes Stockwerk kopieren. Mit dieser Funktion sparen Sie viel Zeit, wenn mehrere Stockwerke eines Gebäudes identisch aufgebaut sind. Sie sehen, DDS-CAD 16 bietet Ihnen eine Vielzahl neuer Funktionen für eine komfortable Projektverwaltung. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.